Hallo, zurück zu Let's Play zum zweiten Teil unserer komischen Lava-Mission hier, wo wir jetzt mal kurz relativ viel umziehen müssen. So. Ich brauche eigentlich kein Gas, ne? So, ah, ihr könnt weitermachen. Wir sind geliefert. Kommt noch was? Aber sicher. Immer mit der Ruhe. Oh, das ist ein bisschen ausprobiert, ne? Wir sind mitten hier ins Herz hinein. Ah, die muss ich auch noch holen. Warte, warte mal einfach. Muss ich ja nur einsammeln. Bremscht, was wir da mit diesem Gas ist. Ihr könnt hier ein paar Pfeife geworfen. Geht da. Ich bin nicht nur. Kommt noch was? Wir müssen gehen. Was? Ich kann auch noch was. Mensch, was kommt denn da noch raus? Ähm. Wie baut denn den denn noch? Zack, dann fangen wir sofort ein neuer. Ich würde ganz gerne hinten hinbauen. Ich bin ein Palaischen-Vickel. Das ist ein Traumdruck, Herrmann. Unsere BVFs werden angegriffen. Höh. Mann. Jep. Wir sind geliefert. Unsere BVFs werden angegriffen. Ja, ja, ja. Basis wird angegriffen. Mineralien fällt, erschöpft. Durchgeladen und entsichert. Erlebt das? Worauf soll ich ballern, Sir? Wahnsinn! Okay, das klappt doch noch. Wir können hier etwas Schilfe gebrauchen. Ich würde ganz gerne hier irgendwo... Was habe ich noch? Mute 12. Oh Gott. Ja, ich weiß. Das ist doch was! Warum nicht? Ja! Jawohl! Na ja! Fast geschafft, Reno. Nur noch ein paar Mineralien fehlen. Aber sicher! So, du. Landen. Landen Calling. Hier. Boah, das ist... Ähm... Scheiße. Das schaffe ich nicht mehr. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Das wird next... Oh, ich fühle hier gerade so viele Einheiten. Ne. Zwei. Eins. Shit. Zwei. Shit. Das heißt, ich muss jetzt hier doch ein bisschen was ausgeben. Ach, jetzt habe ich da unten auch alle meine verloren. Ach, Scheibe. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Was sieht das aus? Nicht gut. Hm, verdammt. Ja, und der hat auch einiges zu tun. Das war jetzt echt zu lang gewartet. Ich würde ganz gerne hinten hin. Da würde ich... Also hier landen und dann... Das sind wir, das ist... angeboten. Bereits machen, die Unruhe verfügbar. Deli ist bereit. Verwaltung, fertiggestellt. Sicher. Ich kann's kaum noch erwarten. Schon wieder vier Minuten. Ähm... Das ist ganz schön viel ausgegeben jetzt. Aber es hilft nix. Wir müssen diese Basis da hinten wegkriegen. Das breiten die sich wieder aus. Boah, die sind so schnell. Damit hier unsere... Fünfeinhalb Millionen... WBSs endlich wieder was machen können. Feuer, gefällig. Gut, im Prinzip könnten sie... Arbeit hier mal kurz hier. Abmarschbereit. Ganz kaum noch erwarten. Feuer, gefällig. Hier komm ich. Los, los, los. Gut geladen, los, den Spichern. Kommt noch was? Auge, verraten. Blutwurst Dann ist auch bald alles weg Ich glaube wir können das jetzt langsam mal Irgend umsiedeln Dann checken wir die Lage hier Ja 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 Wenn ich hier Die erste Runde geht auf mich Warum nicht Verstanden Nein Nein Es geht los Abmarschbereit Zeit 30 Sekunden Alle hier hoch 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 Ja, ich glaube schon. Oh, hey. Der wird wohl nicht. Warte, ich darf noch mal. Wir machen trotzdem noch ein bisschen Einheiten. Hm, ich muss, glaube ich, kurz eine kleine Pause machen. So, weiter geht's. Immer diese Telefonanrufe. Ah, 4 Minuten 13. So, habt ihr jetzt hier... Ja, ihr habt was zu tun. Das passt. Das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen mehr noch freiräumen hier. Ich glaube, ich habe keine Panzerung erforscht. Ach, wir haben gleich die 8000. Wir Löcher leben immer am Limit. Wird gemacht. Verstand. Immer mit der Ruhe. Wir tun's zu tun. Kommt noch was? Oh, die, die. Gut. Schau. Saubere Arbeit, Jungs. Wir haben, wofür wir gekommen sind. Jetzt lasst uns aus diesem Dreislauf verschwinden. Schon fertig. Lass ihn einfach zurück. Ich habe das Gefühl, dass es noch weit mehr Geschäfte, über die wir uns verhalten können. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Gut, das gibt ein kleines Stück, welcher ich hinten dran schneiden muss. Dank das Telefon anruf. Gerettete Einheiten, 23 und 26. Ja, 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 ja. Bruder ist getötet. Ja, ja, ja. Freigestaltes Sorgforschung. Drei. Ist sie 35 Minuten. Ging ja. Ging ja. Ging ja. Gut. Wir machen trotzdem aber eine Pause. Weil ich glaube, mit dem ganzen Vogelblänkel gibt es wieder so 40 Minuten folgen. Ach, ne. Ich will euch ja nicht zu sehr, zu sehr, zu sehr stressen. Ähm, ja. Deswegen mal eine kleine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abo, Like. Ihr kennt das ganz sehr üblich hier. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.